Moin Leute, es ist mal wieder Zeit für eine Runde Noob 2 Commander und dieses Mal befinden wir uns auf der Map Jemen, ha, haben wir ja noch gar nicht so oft gespielt Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier jemanden eliminieren und das Ganze ist Team Deathmatch Ganz, ganz simpel, so habe ich es gern, nichts mit Abschluss bestätigt oder sonst was Das ist viel, viel zu kompliziert, ich bin damit völlig überfordert Und deshalb Team Deathmatch, na was heißt überfordert, aber keine Ahnung, mir persönlich macht Holy Crackers, ah, wo ist jetzt, ich sehe niemanden Ey, also, das ist einer von uns, schon wieder völlig verwirrt hier Bin immer noch im Zombie-Modus, denn das habe ich eben auch gerade eine Runde gespielt Und muss sagen, hat eigentlich relativ viel Spaß gebracht, auch wenn ich, oh, da vorne war doch einer, nein, kommt schon runter Ach, da sehen wir erstmal eine halbe Stunde niemanden und dann sind auch immer so viele Es sind auch gerade, okay, es sind doch relativ viele auf der Map, Moment, komme ich hier irgendwo hoch? Ach doch hier Ich glaube, hier war ich noch nie Schauen wir uns hoch, ah, ja Okay, ist mal nix hier, kommt schon Hier muss doch irgendwo mal jemand sein Zumindest vor unserer Flinte und nicht irgendwie in unserem Rücken Go, go, wait, seven Oh nein, okay, okay, okay Ja, hätte ich jetzt Granaten dabei, dann könnte ich auch mal eine werfen Ah, der wurde schon eliminiert, okay Warte mal, da vorne ist einer von uns draufgegangen Ah, da ist noch einer Yes Halleluja, ein Kill Immerhin Wir hatten schon schlechte, oh, hier vorne Rechts Ah, dazu müssten wir einmal Nein Nein, oh, da war noch einer hinter uns Äh, das, ähm So Hier ist keiner von unseren Kollegen, das Ach, der ist schon tot Na, oh, das Ey, das ist wie so Zwillinge Irgendwie ist da immer noch der Zweite Oder der Dritte Und wir sind sowas von am Sack Wir sind sowas von am Sack Ah, Mist Ich müsste mir vielleicht auch mal Irgendwie eine richtige Klasse erstellen Wo ich dann auch mal schnell auf eine Pistole oder so switchen kann Ich glaube, ich sollte mich dann doch mal ein bisschen schlau machen Denn das Wollt ihr mich verarschen? Der kommt Wie so ein Weasel So, warte, jetzt haben wir Was haben wir eigentlich schon wieder? Zwei zufüllen Komm schon Warte mal, jetzt Haben wir doch Nein, das ist schon weg Nee Bin völlig für Jetzt komm schon Hä, der ist nicht Weil er sich Weil er sich hingelegt hat So ein Ey, ich raste hier gleich aus Gerade mega zum Kay Otzen So Wir gehen nochmal hier längs Vielleicht Kommt doch bestimmt wieder gleich einer um die Ecke Oh, ich hab mich Mega verraten Und hier ist eine Granate Nachladen Ey, das ist so lächerlich Es ist so lächerlich Ey, wie ich auch aime Ich mein, deren beiden Köpfe Waren da komplett zu sehen Und sind das Die sind immer zu zweit unterwegs, oder was? Oha Wir haben es mal geschafft Zwei hintereinander zu töten Oh, warte Nummer drei Komm schon Nummer drei Nummer drei No Mann ey So ein Mist Schauen wir mal hier Nee, hier ist nichts los Na, okay Drehen wir uns im Kreis Aber irgendwie, wenn wir mal hier irgendwie an so einem Ding stehen, dann ist hier keiner Okay, rechts sind zwei von uns draufgegangen Ist doch Eigentlich Vielversprechend Hatte der wieder nur eine Pistole in der Ja Macht schon wieder einen Riesenspaß hier 5-9 Kein Problem Kein Problem Komm schon Dreh dich um Dreh dich um Lauf in die andere Richtung Yes Wir gehen wieder hier standardmäßig Rechtslängs Och, komm Wilde Ey, das ist doch so behindert Ey, ich helde Mir fehlen einfach die Worte Mir fehlen die Worte Vom Short Yes So, wir haben jetzt einiges Einiges aufzuholen Jetzt hier Taktat Die geschnitten Brot Kommen die ganzen Gegner jetzt hier In den Reißwoll Aka Meine Oh nein, das ist nicht so Viele No Ey, wir haben wenigstens einen davon noch weggeholt Und ich würde mir wünschen Hier ein größeres Magazin zu haben Für die Waffe Warte mal, rechts war doch wieder Rumble in the Jungle Kommen wir einfach mal Ah, weg, 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 weg Von der Seite Oh Nein, das ist echt zum kotzen Vielleicht soll ich einfach mal ganz ruhig bleiben Ist nur ein Spiel Ganz easy Kein Problem, wenn wir hier 9 zu 12 rumlugen Aber ist kein Problem Go-Go, Häschen Wir räumen jetzt hier auf Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Bläse, ähm 9, 13 9, 13 Das ist nicht gut Zumal ich mag die Map jedem eigentlich Nicht irgendwie Fuck off Ernsthaft, ey Und ich benutze jetzt einfach mal die Karte ein bisschen Und da vorne ist irgendein Maschinengewehr Ich bin mal hier links, links Hier ist, hier ist 100% Wow, hab ich mich gerade entschleckt Ist da hier noch jemand Yes Zumindest ein Assist Den nehme ich gerne mit Yes Nein Wow Glück gehabt, dass da noch eine Antarkiller-Drunde war Hier links ist einer Okay, hier sind aber wieder nur welche von uns Ne, da vorne müssen sich auch welche Ah, ich dachte, er springt da eher runter Wie wir eine Drohne Oh, nein, holycrackers Oh, nein, 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 nein Nein, ich bin am Nachladen Wieso laden ich dann in so einer Situationen nach? Komm, ehrlich, wir hatten noch ein bisschen was im Magazin Wir verlieren diesen Kampf Was sind wir denn jetzt alle hin? Waren doch eben noch so viele Yes Ist da noch einer? Ne, das war der Wow, 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 wow Back here, back here, back Okay Kein Problem Was ist der hin? Hey Hier kam doch gerade was bei uns reingeflogen Oder war das eine Granate von uns? Yes Yes Erwischt Oh oh Nein Nein Und dann Ah Da haben wir 16, 16 Das ist doch Nicht ganz so schlecht Ah, Mist Abschlusskamera Oh, es war knapp Ja 74, 75 Haben wir da Nicht auf den Sack bekommen Aber Ich würde sagen Am Anfang ging es noch so Mittelteil war katastrophal Und dann am Ende Haben wir nochmal eine Runde angezogen Und dann Freuen wir uns doch jetzt nochmal Auf eine weitere Runde Habe ich jetzt Warte mal Habe ich irgendeine neue Waffe bekommen? Was haben wir denn jetzt hier noch bekommen? Warte mal Die haben wir ja die ganze Zeit schon Oh, ich verstelle das hier alles wieder Was haben wir denn geschafft? Ah, ne Aber der Vordergriff ist glaube ich am besten Und dann Reflexbasier Warte mal schnelleres nachladen Wir versuchen einfach mal hier Was zu opfern Für den dritten Aufsatz Was können wir denn hier opfern? Taktikmaske Keine Ahnung was jetzt so Oh nein Was habe ich ja jetzt gemacht? Was haben wir hier aufgegeben? Zähigkeit Sie weichen weniger zurück Ja, scheiß drauf Ob wir weniger zurückweichen Hululu Stell das Magazin Oh, wir müssen wieder was opfern Ähm Ja, ne Nein Ich verklege mir hier die ganze Zeit Schnelleres Ziel nach einem Sprint Ne, ne Das brauchen wir schon Dann lassen wir das einfach mal mit der Taktikmaske So, dann können wir doch eigentlich auch extra Hier 3 rausnehmen Genau Warte mal, das löschen wir Dann nehmen wir uns einfach mal eine Primärgranate mit Top Haben wir auch mal eine Granate dabei Die wir einfach sinnlos durch die Gegend werfen können Und ich habe jetzt nicht darauf geachtet Oh, Express Muss ich sagen Ist auch keine so schlechte Map Also wie gesagt Hass Map Drone Also Drone und After Map Ist auch nicht so Meine Lieblings Map Aber das ist jetzt noch Das ist noch im Rahmen Alles im grünen Bereich Solos Angeles Dann lade mal Lass uns mal eine Runde Auf dir spielen Wildcats werden im Klasseneditor dazu Ja toll, zu spät So Unsere neu erstellte Klasse Und wir werfen eine Granate Oh nein Oh ja Oh ja Das mit dem Nachladen Ist auf jeden Fall nicht Mein Oh Mann Und da habe ich mich zu langsam gedreht Mein Handy wird hier Im Hintergrund schon wieder Zugespannt Jetzt haben wir ihn endlich mal erwischt In your face Okay, in sein Gesicht war es nicht Denn ich glaube, das war kein Headshot Warte mal Angeblich ist hier vorne rechts Ah ja Der Der What? Oh, er hat da noch eine Wir verlieren diesen Raum Echt nichts Nervigeres in diesem Spiel Als von diesen Granaten getötet zu werden Also von diesen Sprengmielen Das ist echt immer dann so Pfft Oder Pfft Tod Dann liegt Palut mal wieder im Dreck Jawoll Komm schon Hier ist doch auch wieder nichts los Ich sehe jetzt auch Niemand Nichts auf der Map Oh, snap Ist doch niemand Das ist ja völlig Völlig verrückt Okay, Hessien ist da vorne Oh Nein Da hat uns richtig lang gemacht Erst einmal kurz Schritt zurück Und ich sehe auch Oh Gott Oh Gott Ziel Wow Ist ja hier gerade passiert War das ein Hunter-Dromer? Ich sehe da vorne Warte mal Oh, wir sind auch Yes Nein Das war's für ihn Schatz Humiliation Echt Das ist wirklich Trude Strafe Obwohl ich finde Im CS war es immer noch Wesentlich schwieriger Zu messern Als jetzt hier Oh Nice Da hat Wade-7 Im Messer Das ist mit den Messern Das Nein Und jetzt springt der uns Förmlich an Also messern Ist auf jeden Fall Nicht meine Königsdisziplin Habe ich eigentlich Jemals hier Jemanden gemessen? Oh yeah Sind wir tricky Sneaky Guck mal hier längs Oh, da oben Da oben ist doch gerade Jemand längs Achso, das war ich mal von uns So, das ist auch Ohne Rechts sind ganz viele Komm schon Komm schon Okay, ganz viel Rauch Oh man Es liegt doch Am Anfang Gibt es gar nicht so Schlecken Jetzt haben wir schon Wieder 6 6 Ok 6 6 Ist jetzt auch Nicht so schlimm Auch einfach Death-Ratio Yes Jawohl Ich habe zwar einfach nur Draufgehalten Und gehofft, dass ich was treffe Aber Hat ja funktioniert Nein, das ist denn hier In die Luft geflogen Weg, 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 weg Weg, weg Ah, der andere ist Geflüchtet Da ist doch noch einer Achso, wir haben warum noch erwischt Okay, wir aktivieren die Drohne Yes Okay, Hunter Killer Drohne Los geht's Halter Killer Drohne Eingesetzt So Jetzt haben wir auch den Nein Mist Warte da vorne sind wir draufgegangen Oder Prost Nein da vorne ist nur noch einer Recht Screw it Yes jetzt geht das ganze eigentlich schon wieder ein ticken besser wenn ich dann auch keine ahnung eingespielt habe noch nicht so dass ich den ganzen tag nur call of duty spiel einen grund und spiel ich immer nur wenn wir eine runde aufnehmen nein 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 komm schon nein die müssen wir doch da kann doch ein anderer an und der andere hat sich mal getötet sondern sein Kollege ärgerlich ärgerlich und schon der hier rechts es fallen die gegner aber auch wie die fliegen ob da oben ist noch eine jetzt jetzt wo wir schon wieder in die luft so hier vorne hier sehe ich auch niemanden doch von rechts nein ich bin beim nachladen nein ok da hat man das schon gemerkt dass man ein bisschen verzogen hat weil man das eine in einen perk nicht drin hatte oder es war einfach mal ein generelles zuckeln mit der hand who knows nein oder was das lief doch ebenso gut und jetzt gehen wir hier die ganze zeit über den jordan komm schon oh hier sind überall rote punkte wir verlieren diesen kampf wir verlieren diesen kampf oh komm schon yes nein und einfach mal ein bisschen gucken peacekeeper noob ok das ist peacekeeper oh das war einer von uns hier kommt der eine doch bestimmt gleich wieder längs hallo ok schabber doch nicht ich habe das gefühl jedes mal wenn ich jemanden kille sage ich jetzt und wenn ich sterbe sage ich nur bin ich der einzige den also ist das ja schon selber wieder aufgefallen deshalb wird das wahrscheinlich auch stimmen ja wir haben die kontrolle verloren aber das ist doch unser helikopter was ist hier von den anderen oh warte hier links jawoll jetzt habe ich wollte schon wieder sagen jetzt die nachladen von rechts und welche jawoll schon ist ja immer jemand scheiß camperschlampe ja nicht nett hier aber ich glaube das ist keiner von nein nein ok wir haben leider verloren aber 24 12 das lässt sich doch ausnahmsweise mal sehen und ähm ja schon wieder so scheiß knapp sagt hessien und dann bedanke ich mich an hessien und eigentlich waren wir doch insgesamt vier leute oder aber na gut das war's mit Noob2 Commander für heute ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag haut rein und bis zum nächsten mal